Hallo und willkommen. Heute stelle ich dir die Linie Curl vor. Curl, wie es der Name schon sagt, ist perfekt für schöne Locken. Das lockige Haar ist oft sensibler, poröser, frizziger. Um das ganze zu bändigen, haben wir hier die perfekten Produkte für dich. Wir haben ein mildreinigendes Shampoo, das Kopf und Haar reinigen und das Haar nicht beschwert. Somit hast du eine schöne Spurrundkraft und perfekt geschütztes Haar. Mit der Maske bauen wir die Struktur auf und das frizz bändigen. Die kannst du aufs Handtuch trockenen Haar auftragen, 3-5 Minuten einwirken lassen und gut ausspülen. Mit dem Conditioner schliessen wir die Schuppe schliessen. Mehr Glanz und Geschmeidigkeit dem lockigen Haar wieder zurückschränken. Mehr Sprungkraft und somit ohne Beschweren auch hier die perfekte Pflege für dein lockigen Haar. Das lässt du 1-3 Minuten einwirken und dann kannst du es gut ausspülen. Wenn es mal schneller gehen soll, wenn wir noch mehr Definition möchten und weiche, geschmeidige Locken wünschen, haben wir unseren Boost Spray. Der Boost Spray ist perfekt geeignet für im nassen und im trockenen Haar. Im nassen Haar hast du mehr Definition, mehr Bändigung vom frizz. Im trockenen Haar kannst du auch dein lockigen Haar am nächsten Tag wieder auffrischen und wieder einknetten. Dann haben wir unsere Defining Cream. Mit einer Creme haben wir auch einen leichten Hitzeschutz drin. Und der Hitzeschutz schützt das Haar nochmals, anti-freeze. Also das heisst, es beruhigt das Haar wieder. Aber du hast genug Sprungkraft und weiche und geschmeidige Locken. Jetzt hast du die perfekte Linie für dich, die deine lockigen Haare unterstützt. Ich wünsche dir viel Spass und einen schönen Tag. like wir mal mit sudden Geborgenland. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.